Was haben Sie da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Domstak 1530, das ist unsere Zeit. Wir sind schon Stunden vorher zum Anpfiff bereit. Mit den Jungs in der Kneipe trinken ein paar Bier. Altbekannte Gesichter sind auch schon wieder hier. Der Waldweg zum Stadion ist uns schon bekannt. Genauso wie die Bullen mit dem Tüppel in der Hand. Green Lantern. Dragwurst, Bier und Fankultur. Eggersburg und Football. Mit den Kloschen hör'n keine Schwur. Rick Lange the game. Lieber stehen und altzusetzen. Eggersburg und Football. Nach dem Glaskassen zu schwitzen. Im Stadion die Treppe rauf, wo der Fängesang ertönt. Macht man laut eins mit. Mit den Gegner erst verpönt. Ihr sitzt im Glaskassen, interessiert euch dafür kaum. Sehen und gesehen werden, das ist euer Traum. Und jetzt die Frage, wer genießt, wer genießt das Ganze hier? Ihr mit euren Shampoos oder wir mit unserem Bier? Wir mit uns am Bier. Rick Lange the game. Dragwurst, Bier und Feldkultur. Eggersburg und Football. Mit den Kloschen dach'n keine Schwur. Rick Lange the game. Lieber stehen und altzusetzen. Eggersburg und Football. Tag im Glaskassen zu schwitzen. Spiel ist aus. Unser Team hat knapp verloren. Ein Sieg im nächsten Spiel. Ja, das haben wir uns geschworen. Wir werden unsere Mannschaft immer wieder begleiten. Stehend in der Kurve. In guten wie in schlechten Zeiten. Ihr kommt nur bei Gelegenheit. Wenn das Wetter wieder stimmt. Uns ist das scheißegal. Wir fallen auf den Störern. Rick Lange the game. Fußball, wie er früher war. Rick Lange the game. Oder echten Superstar. Rick Lange the game. Wer wirklich kämpft, kann auch verlieren. Rick Lange the game. Wir kommen trotzdem zu den Spielen. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher her, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Für die anderen. Aber das beide haben wir, wenn wir nicht mal zulegen. Das ist 1-1-2-2-1. Das ist 1-2-1.